Herzlich Willkommen auf Unboxkings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Die Orsons Tour Live for Life Die Orsons sind zurück. Im August 2019 veröffentlichten die Stuttgarter ihr letztes Album Orsons Island. Jetzt steht das sechste Album der Gruppe an. Tour Live for Life beinhaltet 14 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Chimperator und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf. Ciao.